Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Runde Stoneheart, in der es weiterhin Probleme gibt. Jetzt haben unsere Leute hier angefangen dieses Zeug hier. Zu demontieren, aber jetzt haben sie wieder aufgehört damit. So, ihr könnt das nochmal anklicken. Das Gebäude und sagen nochmal entfernen. Behalte das Gebäude, entferne den Mist. So, jetzt gucken wir mal nach, was machen denn unsere Arbeiter. Die sind alle untätig. Also, wir nehmen jetzt mal alles hier raus. Das heißt doch, Job sollen sie ja machen. Ist ja richtig, aber die sollen hier nicht mehr Bergbau machen. So, die sollen jetzt nur noch das machen. Die sollen nur noch sich ums Bauen kümmern. Und sollen dieses Gebäude hier weg machen. Entferne den Mist. Jetzt stehen die alle untätig rum. Jetzt haben wir hier so eine Ruine rumstehen. Das ist echt ein Nachteil. Ich kann sowas nicht leiden. Ich kann keine Ruinen in meinen Dörfern leiden. Das geht gar nicht. Das geht so ganz und gar nicht. Karawane ist erschienen. Okay. Ne. Leute, denkt euch doch mal einen guten Handel aus. Irgendwas Adäquates. Ich mach doch hier nicht für euch teure Sachen. Und dann verschleudere ich das für irgendeinen Müll. So. Was haben wir denn hier noch drin? Ich möchte dieses Gebäude jetzt loswerden hier. Eben, jetzt kommen wieder welche. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt gerade gedrückt hab. Dass sie jetzt alle kommen. Okay. Ich seh auch nicht so richtig, was sie jetzt gerade abbauen. Bauen irgendwelche Hölzer jetzt gerade. Ah, das Gestell wird, glaub ich, hier gerade klein gemacht. Ja, das wird abgebaut. Ja. Gut, das wird jetzt weggemacht. Das Baugerüst ist also jetzt entfernt. Und das war's wieder. Also das Spiel, das hängt sich anscheinend hier beim Bauen von Gebäuden auf. Scheiße. Ja, ich möchte das weghaben. Computerspiel, warum verstehst du das denn nicht? Du hast das nicht fertig gebaut, jetzt soll es wieder abgebaut werden. Weil es halt eine Ruine ist. Es ist eine echte Ruine. Mit der niemand was anfangen kann. Verstehst du? Kein Mensch kann das hier gebrauchen. Was einfach sinnlos ist. Ich möchte es nicht designen. Ich möchte es abreißen. Wo ist denn dieses? Es gab doch hier auch ein Radiergummi oder sowas. Nein, es soll entfernt werden. Oh Mann ey, das ist, also mich nervt das. Mich nervt das ehrlich, dass das nicht entfernt wird. Hier ist das Radiergummi. Nochmal gucken, was da war ja mit dem Tooltip. Errichte eigene Gebäude, zum Beispiel. Holpki. Nein, ich konstruiere ein Gebäude. Tägliches Update. Wir bekommen wieder jemand dazu. Ist okay. Wir sind wieder auf 37. Und man kann doch normalerweise auch hier unten, man kann doch auch auswählen, dass das entfernt werden soll. Hier, ich kann doch diese Tür eigentlich immer... Puh, ich möchte es weg haben. Verstehst du doch? Wahrscheinlich müssen wir einen bestimmten Punkt erstmal... einen bestimmten Punkt erstmal anklicken. Und dann wird es entfernt. Vielleicht müssen wir da im Internet mal nachlesen. Also gut, dann geben wir das jetzt auf. Ich kann ja nicht die ganze Folge mich hier damit beschäftigen, warum hier diese Sachen nicht abgerissen werden. Schreibt doch mal in die Kommentare, falls ihr wisst, warum das einfach hier nicht verschwindet. Ich möchte es loswerden. Es soll weg. Ich will es komplett neu konstruieren lassen. Ein Teil des Hauses haben sie ja schon abgerissen. Man kann auch komischerweise nicht immer alles anklicken. Also eben hatten wir ja hier oben diese Konstruktion angewählt. Also jetzt können wir die Holzkonstruktion anwählen, aber wir können nicht das Gebäude anwählen. Das geht glaube ich nur so. So, und das soll eigentlich entfernt werden. Verstehst du? Entferne es. So, hier dauerhaft schließen. Jetzt ist wieder ein Fehler aufgetreten. Mist. Also gut, wir werden jetzt erstmal hier an unseren Leuten wieder sagen, dass sie arbeiten sollen. Ist schiefgegangen. Also die haben jetzt nicht das gemacht, was sie sollten. Ist eine Rübe. Ja, also essen können die super. Essen können die super. Aber hier... Da, guckt es euch an. So, der ist uns beigetreten und der ist uns beigetreten, aber wir haben hier oben einen Fehler. Ich glaube, wir müssen das Spiel einmal neu laden. Speichern. Neuer Spielstand. So, wir gehen mal ins... Es passiert öfters. Ich mache das sonst immer außerhalb vom Spiel. Wir gehen mal hier ins Hauptmenü. Und jetzt ist das Spiel komplett abgestürzt. Tja, funktioniert nicht mehr. Ihr habt kurz schwarzes Bild. Ich starte das Spiel nochmal neu. Sekunde, ich möchte keine Bilder hochladen. Das Spiel neu starten. Wollten wir eh neu machen. Jetzt müsste es wiederkommen. So, da habt ihr es wieder. Wir gehen auf Fortsetzen vom Spiel. Ist halt eine Alpha. Da darf man sich nicht beschweren. Die Spieler haben durchaus die Berechtigung, dass sie ab und zu abstürzen. Und auch, dass man keine Gebäude abbauen kann. Es sind halt noch Fehler drin. Wir müssen es mal rausfinden, wie wir das lösen. Aber argern darf man sich trotzdem darüber. Auch wenn es eine Alpha ist. So. Wir gucken mal, was unser... Vielleicht ist jetzt unser Gebäude einfach verschwunden. Ja, so gut. Aber es ist viel weniger da wie vorhin. Seht ihr das? Hier oben. Die ganze Konstruktion ist schon weg. So. Kräuterhändler der Stufe 1. Das ist super. Du hast... Hast du gut gemacht. Mach weiter so. So. Jetzt machen wir hier nochmal das. Klicken wir an und sagen, hier bearbeiten wir enden und entfernen. Weg mit dem Mist. Wir gucken mal, ob sie jetzt ankommen und das wegbauen. Also ich hoffe nicht, dass es jetzt irgendwie ein alter Spielstand war. Aber nee, das Gebäude ist ja weggebaut. Schaut. So. Hat Kräuterstufe 1 erreicht. Gut. Der hat natürlich hier auch alles schon ziemlich voll stehen. Da müssen wir auch mal irgendwie... Müssen wir eben nochmal ein neues Lager hier konzipieren. Und zwar hier ein Warenlager extra für unseren Kräuterhändler. Der braucht nämlich jetzt hier Platz. Huch. Ich muss mal hier so... Ach man. Jetzt haben wir da... Warte. Sekunde. Jetzt müsste ich das Bild drehen. Geht das so? Eieiei. Moment. Nochmal. So. Wir wollen jetzt hier ein Lager anlegen. Und zwar soll das hier maximale Größe haben. So. Und es soll eigentlich nur sein hier für... Also erstmal für nichts. Und es sollen hier Tränke hin. Es sollen hier... Ähm... Das hin. Und das. Nee, das auch nicht so. Ja. Eigentlich nur das, oder? Wie sieht's denn hier aus? Ja, ja. Ich will nur wissen, was hier eingestellt ist. Nur Getränke sind hier eingestellt. Und hier haben wir eingestellt. Und Garner und Stoffe. Ja, das ist super. Weil da nämlich nebenan ist ja sowieso unser Weber-Männlein. Unser Weber-Männlein. Und... Ähm... Die können da auch ruhig was lagern. So. Wir gucken mal weiter. Das wird also jetzt hier eingelagert. Hier drüben sieht's... Moment. Ziemlich überfüllt aus. Weißt du, was schwere Verbände und so. Da könnten wir eigentlich auch mal eine höhere Zahl einstellen. Wie sieht denn das aus hier? Das können die ja schon herstellen. Ähm... Ähm... Kann da jetzt vielleicht zum Beispiel hier von denen... Es ist immer noch kein Stahlbarren da. Es ist kein Stahl da. Ähm... Lagerbuch-Stadtübersicht. Das wollen wir alles gar nicht haben. So. Wir haben... Wie viele Steine haben wir? Wir haben 390 Steine. Und wir haben 200... 200 Holz. Okay. Unser Speicher... Unser Lagersystem hat gerade 4.000... Fast 4.300. Wir haben ja in einer der letzten Folgen das Problem mit dem Lager gelöst. Ach, wir wollten ja auch das mal austesten. Hier sind ja unsere zwei neuen Stände. Müssen wir morgen machen, wenn es wieder Tag geworden ist. Es ist schon wieder Nacht. Das geht hier... Ich hab das Gefühl, die Nächte dauern hier viel länger wie die Tage. So. Ähm... Mist. Da ist gerade eine Stechmücke an meinem Monitor vorbeigeflogen. Die kann ich natürlich jetzt hier während der Aufnahme nicht jagen. So. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Platz geschafft. Das müssten wir jetzt eigentlich hinkriegen. Das hier kann durch mal eingesammelt werden. Und wir gucken mal, ob es hier wieder Nerfbacken gibt, die hier irgendwo ihre Lager aufschlagen. Haben wir da? Ja. Hier oben. Wie sieht es hier aus? Das ist alles hier. Ich versuche es nochmal hier so. So. Wir klicken das mal an. Sagen bearbeiten, beenden und entfernen. Weg mit dem Mist. Und dann geht er immer wieder hier in den Gebäude-Design. Ich möchte ja gar nicht kein Gebäude-Design. Ich möchte es ja loswerden. Das Gebäude. Ja, Gebäude-Designer hier beenden, entfernen. Weg mit dem Mist. So. Außenwand entfernen. Weg mit dem Mist. Aber die kommen sowieso nicht vorbei. Machen das weg. Vielleicht könnten wir hier... Das ist aber unten im Boden jetzt, oder? Da dürfen wir keinen Fehler machen. Ich möchte aber nicht in die Schicht graben. Löschen. Löscht ein Element aus der Welt. Okay. Versuchen wir das mal. Klicken wir mal hier drauf. Ja, zerstören. Wir klicken nochmal hier was an. Das da. Ja, ich möchte es zerstören. Die machen jetzt was. Aber das klappt hier nicht mit den Mauern. Die Mauern können wir... Die Mauern können wir nicht anklicken. Da können wir also jetzt nicht sagen, dass das... Aber wir haben uns jetzt auch lange genug damit rumgeschlagen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und auch der Hardling hier. So. Wir gucken mal, was wir sonst... Hier ist ja auch noch so eine Baustelle. Da ist so eine Leiter. Die hier. Die kriegen sie nicht mehr weg, weil jetzt hier unten drunter ist nämlich... Ja, hier ist so ein Ding. Die kriegen sie nicht weggebaut. Pass auf, machen wir auch mal hier. Wir gehen nochmal hier hin und da hin und sagen... Dieses Ding zerstören. Ich weiß nicht, ob es hier einen Kreativ-Modus gibt, sodass wir sagen können... Hier, mach mal... Entferne mal die Leiter. Nein, entferne die Leiter. Ich krieg die Krise. Nein, 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 nein. Tägliches Update. So, wir kriegen niemand dazu, weil wir ein bisschen zu wenig Essen haben. Ich weiß nicht, ob es einen Kreativ-Modus gibt, sodass wir hier die Gebäude entfernen können. Das wäre natürlich super. Einfach hier sagen können... Reiß es ab. Zerstöre es. Wenigstens, das hat er jetzt gemacht. So, hier das hier. Zerstören. Wir müssen, glaube ich, immer das untere Kästchen anklicken. Kann das sein? So. Vielleicht klappt es so. Ja, weg damit. Sieht ganz gut aus. Wir klicken mal alle Leitern einmal an. Nach und nach zerstören wir hier alles. So. Was ja gar nicht gewollt ist eigentlich. Ich will das Gebäude ja haben. Das ist ja eigentlich schon traurig, dass wir es wieder abbauen müssen. So, wir nehmen nochmal hier das und nochmal das und sagen hier das abbauen. Springt er wieder in den Bau-Modus. Ne, er fängt an. Gut. Dann nochmal das. Ich weiß nicht, warum er irgendwie aus dem Menü rausgeht oder mache ich das zufällig? Ne, ich mache das da nicht. Diese Leiter hier, die schwebt in der Luft, das ist das Problem. Die kriegen wir da nicht weg. Wir müssten also jetzt hier sagen, diese Wand bearbeiten, beenden, entfernen. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Das hat auf jeden Fall keine Markierung bekommen, dass es weg soll. Ja, aber das war jetzt eigentlich gar nicht das, was wir testen wollten. Wir wollten ja mal gucken, was die hier so alles machen. Wir rufen uns mal einen Händler und gucken mal, was die so verkaufen. Die verkaufen hier Holz und Steine. Das ist ja voll spannend. Warum habe ich denn diese Häuschen hier gebaut, wenn die das gleiche verkaufen wie die anderen? Hier, guckst du dir an. Alles dasselbe. Da müsste es irgendwie so sein, dass man da tatsächlich irgendwie im Laufe der Zeit, die dazu bringen kann, dass die mehr verkaufen, dass man mehr einkaufen kann und so weiter. Also wenn wir jetzt unten bei dem Gebäude so viele Probleme haben, das abzubauen, dann kriegen wir das hier doch gar nicht abgebaut, oder? Ist da jetzt ein Wundergeschehen und ist es weg? Nö. So, gut. Wir wollen uns jetzt hier oben natürlich noch weiter vorarbeiten. Es ist natürlich hier ein bisschen ärgerlich, dass das nicht weitergebaut worden ist. Eigentlich geht das so nicht. Wir können jetzt nicht irgendwelche Baustellen hier zurücklassen. Meine Karte ist nachher voll mit Baustellen. Eigentlich ist das unmöglich so. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier das da. Und das sammeln wir ein. Hier liegt auch noch Holz rum. Das sammeln wir auch ein. Hier liegt irgendwas, irgendein Bröckchen rum. Und dann bauen wir hier vielleicht doch das nächste Gebäude. Wir gehen hier zum Gebäudemenü und sagen, wir wollen hier bauen. Warte mal. Das eine, was wir hier drüben stehen haben, ist der Schlafsaal. Das hier sollte die Küche werden. Das sollte die Küche werden. Und dann brauchen wir hier noch einen Speisesaal. Genau. Wir brauchen einen Speisesaal. Und den möchte ich gerne hier drüben hinstellen. Der soll dann hier so stehen. Warte mal. Das ist die, also hier ist die Linie. Da geht das Gebäude. Da ist die Linie. Die geht da rüber. Und dann setzen wir das Ganze hier hin. Ja, ich sag jetzt einfach mal bauen, weil ihr baut das nämlich eh nicht fertig. Das weiß ich jetzt schon. Da wird wieder irgendwas, läuft da nicht so richtig rund. Da müssen wir tatsächlich mal, wir nennen das ja Gebäude, aber nennen wir aber anders. Wir nennen das, äh, wir nennen das, zur luftigen Pause. Nee, das ist doof. Wir nennen das Ganze, wir nennen das Ganze, Gasthaus zum schönen Ausblick. Nee, das ist doof, oder? Am Gipfel der Welt. So. Müssen wir, glaube ich, nur bestätigen. Gut, das hat sich... Das hat sich jetzt geändert, das heißt jetzt so. Da kommen unsere Bauarbeiter, die fangen jetzt schon mal an mit dem Bauen. Und ich hab jetzt irgendwie das Gefühl, wir sollten vielleicht jetzt nichts anderes machen, solange wie die da am Bauen sind. Wenn wir die wieder ablenken oder irgendwie was neu starten oder irgendwie eine neue Aufgabe vergeben, dann vergessen die, dass die hier am Bauen sind. Wir sollten also, glaube ich, immer solche Bauarbeiten erst beenden lassen, bevor man neue Aufgaben vergibt. Würde ich jetzt mal so sagen. Wir können das Ganze ja mal ein bisschen beschleunigen. So, mal gucken, was die jetzt hier so schön ist, bauen. Und ob die überhaupt bauen, das ist natürlich die Frage. Also es ist halt wirklich die Frage, ob die überhaupt hier irgendwas bauen. Also fertig bauen. Angefangen haben sie ja jetzt schon. Das sieht so klein aus, was sie bauen. Spiel, jetzt hör mal auf zu speichern, sondern bau mal weiter. Ich will jetzt erst mal sehen, dass hier was passiert. So, das ist schon mal der Boden. Ja, aber wir kümmern uns jetzt auch nicht um irgendwelche Händler. Hier wird jetzt erst mal eine Speisesaal gebaut. Also, ich finde, der Anfang des Gebäudes sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Das sieht jedenfalls so aus, als ob sie jetzt wirklich hier das mal so ein bisschen beenden wollen. Wenigstens sind sie jetzt schon an zwei von vier Wänden dran. Hoffentlich gehen sie jetzt nicht gleich alle schlafen oder essen oder so. Irgendwann ein Diebesdrupp erscheint. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Wo ist der Diebesdrupp? Vor allen Dingen Eisen müssen wir kaufen. Zinn brauchen wir, glaube ich, nicht so. Steinbrocken brauchen wir nicht. Kohle weiß ich jetzt nicht. Dekoration. So, der Diebesdrupp. Wo ist der Diebesdrupp? Wo ist der Diebesdrupp? Diebesdrupp? Ich traue mich gar nicht. Die Folge ist eigentlich rum. Ich traue mich gar nicht, die Folge zu beenden. Denn ich möchte erst sehen, dass das Gebäude hier fertig gebaut wird. Leider gibt es ja keine Prozentanzeige, die mir zeigt, wie weit das schon... Aber ich finde, das ist schon ziemlich weit gediehen bisher. Ich glaube ja, dass die anderen Gebäude ein bisschen hängen geblieben sind, weil wir da Sonderbausteine wie zum Beispiel Lehmsteine, schönere Fenster und so eingebaut haben. Ich würde sagen, wir sollten immer die Gebäude erst mal mit den Standardeinstellungen bauen lassen. Und wenn die gebaut sind, dann kann man da irgendwie noch andere Fenster reinhauen und so. Aber das sieht auch schon ganz gut aus. Sieht so aus, als ob es nur noch das Dach fehlt. Und auch das scheint jetzt ganz gut gesetzt zu werden. Ist das jetzt Kampfmusik oder ist das... Das ist nämlich auch die Musik, die beim Kämpfen verwendet wird. Hier unten. Da wird gekämpft. So. Das war Kampfmusik. So, ich hätte gerne, dass das hier zerstört wird. Und zwar von allen sieben. Ja. Ja, Ratzlöffel. So, hier sehe ich aber jetzt keine weiteren... Was ist das? Ne, das ist auch nichts. So, hier hinten haben sie auch nichts Neues gebaut. Das sieht ganz gut aus. Das ist auch noch alles freier Fläche. Gut. Dann können wir den Kampfmodus wieder beenden. Wir gucken mal, wie das Gebäude so aussieht. Und das Gebäude scheint gleich fertig zu sein. Jetzt bauen sie das Gerüst ab. Das ist schon mal eine gute... Äh... Schon mal gut. Ich bin immer noch hier unten im Kampfmodus. So. Schön, dass es gerade Tag wird. Ich muss nämlich hier einen kleinen Screenshot machen. Und dafür bräuchten wir jetzt mal ein bisschen Sonnenschein. So, wir machen einen Screenshot. Und zwar habe ich dann eine neue Methode, das zu machen. Ich drücke F5, dann wird das Wii neu geladen. Und dann kann man einen Screenshot machen ohne die ganzen Einstellungen, die es hier so gibt. Also, wir machen noch einen Screenshot, nämlich so. Tup. So, dann verschwindet nämlich das Menü hier unten in der F5 drückt für ein bis zwei Sekunden. Und dann kann man schöne Fotos machen ohne das ganze Zeugs hier. Das hat mir schon mal ziemlich geholfen. Habe ich jetzt zufällig im Internet gelesen. So, da wird jetzt das Gerüst abgebaut. Und ich bin der Meinung, damit können wir auch die Folge beenden. Denn ich glaube, die Bauarbeiten werden jetzt tatsächlich hier beendet. Und wir gucken in der nächsten Folge mal, dass wir hier drüben das vielleicht irgendwie zum Laufen kriegen. Das war ja eigentlich auch ein Standardgebäude. Vielleicht kriegen wir das ja auch hin, dass das noch beendet wird. Ich glaube, ich habe das dadurch gestört, dass ich hier neue Betten reingesetzt habe. Und noch diese Schutzfackel sozusagen. Aber wir machen hier tägliches Update. Machen wir noch. Ja, wir kriegen noch jemand dazu. Super. Die Nummer 38. Wie, 38. Wir waren eben schon bei 38. Haben wir schon wieder von jemand verloren, oder was? Hier liegt auch immer so viel Zeug rum. Das ist halt so voll die Müllhalde hier. Da liegt was rum. Hier drüben liegt was rum. Da liegt was rum. Hier liegt alles Mögliche rum. Goldbahn. Äh, ich meine, Kupferbahn. Hier liegt Zeug rum. Kann ja gar nicht leiden. Hier ist noch ein Trank. Der ist wichtig. Und hier, das könnt ihr auch mal einsammeln eigentlich alles hier so. Das da. So, hier liegen ganz viele Fälle. Alter Schwede, was hier alles rumliegt. So, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier, guckt. Tooltip. Ja, da sind noch viele Fehler im Spiel. Aber das kriegen wir hin. Auch, dass hier diese Leiter nicht ganz unten zum Boden geht und nicht abgebaut werden kann, ist ein bisschen problematisch. Hier ist ganz viel Wolle. Wir könnten eigentlich auch mal Wolle verkaufen. Vielleicht der nächste Händler, der kommt, da können wir tatsächlich mal so ein bisschen aufräumen, ein bisschen was verkaufen. Weil jetzt haben wir gute Vorräte. Das machen wir bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr guckt auch bei der nächsten Folge wieder zu. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020